So, dann darf ich heute Abend ganz herzlich begrüßen zu unserer aktuellen TTR-Sitzung. Ich begrüße alle meine Kolleginnen und Kollegen hier im Zoom-Raum. Ich begrüße aber auch unsere Zuschauer auf dem YouTube-Kanal und ganz besonders begrüße ich natürlich unseren heutigen Referenten, Herrn Dr. Klaus Graf. Guten Abend. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Einführung sagen. Wer heute gerade bei YouTube das erste Mal sich bei uns dazuschaltet, Sie haben die Möglichkeit, den Vortrag von Herrn Graf jetzt gleich in Realtime zu verfolgen. Darüber hinaus können Sie auch, wenn Sie rechts neben dem Video im Chat, wird Ihnen ein Tool angeboten, wo Sie auch Fragen zum heutigen Vortrag stellen können. Also bitte auch zwischendurch, wenn Ihnen schon was einfällt, was Sie interessiert, posten Sie die Fragen dort hinein. Wir werden sie dann später am Ende des Vortrags mit in unsere Diskussionsrunde aufnehmen. Und generell den Geflogenheiten unseres Kolloquiums folgend, werden wir jetzt erst einmal dem Vortrag von Herrn Graf folgen und dann, wie gesagt, die Frage- und Diskussionsrunde öffnen. Wir haben uns heute abweichend von unserer Norm gemeinsam mit Herrn Graf dazu entschieden, den heutigen Vortrag nicht nur zu streamen, sondern auch langfristig bei uns auf dem YouTube-Kanal zur Verfügung zu stellen. Wir sind Herrn Graf für diese Möglichkeit sehr dankbar. Gerade bei diesem spannenden Thema ist uns das sehr wichtig. Das heißt, für jeden, der sich hier im Zoom-Raum oder im YouTube-Chat beteiligen möchte, bitte tun Sie das. Wenn Sie nicht langfristig auf diesem Video zu sehen sein möchten, bitte einfach eine Nachricht an unsere Abteilung. Wir haben die Möglichkeit, das Video im Nachhinein zu bearbeiten, einzelne Teile rauszuschneiden. Das soll die heutige Diskussion nicht hemmen. Ja, ich glaube, das ist es zum Organisatorischen. Deswegen lassen Sie mich jetzt dazu übergehen, in aller Kürze, wie es ja hier in unserem digitalen Kolloquium mittlerweile Praxis geworden ist, Ihnen unseren heutigen Referenten vorzustellen. Herr Graf studierte Geschichte an der Universität Tübingen. Dort wurde er 1987 mit einer Arbeit über Thomas Wirers schwäbische Chronik und die Gemünder-Kaiser-Chronik promoviert. Und nach Station in Münster, Heidelberg, Bielefeld, noch einmal Freiburg, leitet er nun seit 2004 das Hochschularchiv der Rheinisch-Westfälischen Hochschule in Aachen. So viel jetzt mal zu dem Wikipedia-Eintrag von Herrn Graf. Ich werde Ihnen an dieser Stelle die weit über 200 wissenschaftlichen Publikationen von Herrn Graf ersparen. Über seine sehr rege Rezensionstätigkeit kann ich leider in der aller Kürze des heutigen Abends auch nicht viele Worte verlieren. Worüber ich aber kurz sprechen möchte, ist das Weblog von Herrn Graf Archivalia. Denn das ist meiner Meinung nach ein Tool, an dem eigentlich alle RegionalhistorikerInnen, die heutzutage zeitgemäß arbeiten wollen, nicht wirklich dran vorbeikommen. Laut Beschreibungstext soll sich das Blog mit Themen rund um das Archivwesen beschäftigen. Allerdings veröffentlicht Herr Graf hier in einer wirklich unglaublich bemerkenswerten Frequenz Diskussionsbeiträge, Bestandsaufnahmen, wissenschaftliche Auseinandersetzungen, häufig aber auch einfach nur Verweise auf spannende Projekte, die thematisch sehr viel breiter aufgestellt sind. Also da sind die Landes- und Regionalgeschichte genauso häufig Thema wie Beiträge zum Web 2.0 oder eben wie gesagt auch zu unserem heutigen Thema Open Access. Und bereits im Januar dieses Jahres zog Herr Graf für die Landesgeschichte schon eine sehr ernüchterne Bilanz, als er feststellte, dass es so gut wie keine Open Access-Publikation auf diesem Feld, nämlich dem Feld der Landesgeschichte, gäbe. Gerade heute in seinem neuesten Post verschärfte er diesen Befund noch einmal, indem er der Landesgeschichte eine Monografienkrise attestierte, die sich, ich zitiere, unter anderem darin äußert, dass geisteswissenschaftliche Monografien deutlich weniger von wissenschaftlichen Bibliotheken angeschafft werden und die Verbreitung wichtiger Fachliteratur in wissenschaftlichen Bibliotheken nach der Meinung von Herrn Graf daher gehemmt wird. In genau diesem Beitrag stellte er beispielsweise fest, dass das schöne Werk Der letzte Welfe im Norden, was ja unter anderem von Herrn Auge herausgegeben wurde, im Süden lediglich in zwei Bibliotheken, nämlich in der Landesbibliothek Stuttgart und der UB Saarbrücken aktuell erhältlich ist. Herr Grafs wichtiges Fazit, nämlich, auch hier zitiere ich, dass ein vergleichender landesgeschichtlicher Ansatz, der ausdrücklich über den Tellerrand schauen möchte, von der Einkaufspraxis wissenschaftlicher Bibliotheken nicht gerade unterstützt wird, sollte uns allen, wie stets, mahnender Hinweis und gleichzeitige Handlungsaufforderung zugleich sein. Für uns als Abteilung für Regionalgeschichte, die im letzten Jahr die Open Access Publikationsreihe der Kieler Studien zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte gelauncht hat, gemeinsam mit dem Universitätsverlag unserer Bibliothek hier in Kiel und die sich mittlerweile seit mehreren Jahren aktiv in den Prozess um ein digitales Haus der schleswig-holsteinischen Landesgeschichte einbringt. Ich darf daran erinnern, dass Herr Auge Vorsitzender dieses Beirates ist. Es ist natürlich eine besondere Freude, Herrn Graf heute Abend hier begrüßen zu dürfen und wir freuen uns über seine Ausführungen zum Thema Regionalgeschichte und Open Access. Herr Graf, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich muss mich entschuldigen, dass ich hier nicht die ganze Zeit im Fenster erscheinen möchte, sondern Sie auf zwei Publikationen verweise. Hier die Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte und die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins aus meiner Heimat, aus Baden-Württemberg. Diese beiden Bände belegen, dass ich durchaus auch ein Freund gedruckter Publikationen bin. Nur habe ich auch persönlich das Problem, dass die für diese Zeitschriften vorgesehenen Regale doch zu eng werden und das mit jedem neuen Jahrgang dann gerückt werden muss. Und es ist nur noch für wenige Jahrgänge Platz. Also das auch ein gewissermaßen anekdotischer Einstieg, was jetzt den Vorteil elektronischer Publikationen angeht. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen und der Präsentation folgen. Ich habe hier in dem Wiki, Wikiversity von den Medien, ein Media-Wiki der Wikimedia Foundation vorhin eine Seite angelegt, die in etwa die Gliederung und den Ablauf des Referats und auch die von mir besprochenen und gezeigten Links hier nennt. Das müssten Sie sowohl im Chat als auch auf YouTube als Link sehen. Sonst, notfalls können Sie natürlich auch in Archivalia morgen oder nachher nachschauen. Da wird mit Sicherheit dieser Link auch gepostet. Ich bin sehr dankbar, dass es möglich ist, die Veranstaltung heute aufzuzeichnen. Nicht, dass ich mich mit einem Ewigkeitsanspruch schmücken möchte, aber es ist doch mitunter für diejenigen, die jetzt keine Zeit hatten, eine wirklich gute Sache, wenn man eben auch nachträglich noch die Möglichkeit hat, das entsprechend anzusehen. Ja, ich möchte in Medias Res gehen und gleich darum bitten, dass man mich stoppt, wenn ich zu lange werde. Sie haben ja schon gehört, ich habe eine Reihe von Vorarbeiten vorgelegt, vor allem in Archivalia, und werde versuchen, die möglichst knapp zusammenzufassen. Aber das ist natürlich nicht immer garantiert, dass mir das gelingt. Vergleichsweise kurz möchte ich den ersten Abschnitt halten. Was ist überhaupt Open Access? Open Access ist in aller Munde und ich möchte Sie da nicht mit mit hier übermäßigen Eingangsinformationen langweilen. Hier, dass die Webseite Open Access Net ist, also die führende deutschsprachige Information zu Open Access. Dort wird definiert, Open Access meint den unbeschränkten und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlicher Information. Ich habe selber einige wichtige Begriffe der Open Access Bewegung 2019 in meinem bereits genannten Blog Archivalia zusammengestellt und möchte da mich aber auch auf das Allernötigste beschränken. Was man wissen sollte, ist die Farbenlehre des Open Access. Goldener Open Access meint also die Publikation direkt, ohne oder in hybrider Form mit Druckpublikation, aber sofort kostenlos für die Nutzer. Und das muss natürlich in gewisser Weise auch finanziert werden, weshalb bei Zeitschriften ein ganz wichtiges Modell darin besteht, dass eben die Kosten für die Zeitschriftenpublikation vom Autor beziehungsweise besser gesagt von seiner Institution getragen wird. Und dann gibt es eben noch den Platin oder Diamanten Open Access. Das bedeutet, es ist also für die Autoren und für die Institutionen frei. Man finanziert über Subventionen oder Mitgliedschaften diese Open Access-Zeitschriften oder gegebenenfalls auch Monografien. Ein wichtiger Punkt ist auch der grüne Open Access, der darin besteht, dass bereits publizierte, entweder online oder gedruckt publizierte Publikationen, Veröffentlichungen in Repositorien, Open Access-Schriften-Server eingestellt werden, mitunter nach dem Ablauf von Verlagen vorgegebenen Embargo-Fristen. Also etwa, Sie kennen solche Repositorien, etwa in Freiburg gibt es Freidoc, nennt sich das. Und wir werden also auch noch, denke ich, ein solches Repositorium sehen. Und eine wichtige Unterscheidung, die dann später noch ausführlicher erläutert wird, ist zwischen Gratis und Libre. Gratis bedeutet, die Angebote sind kostenlos, aber es gibt keine Freigabe zur Nachnutzung, während Libre eben diese Freigabe, das eben etwa unter Creative Commons Lizenz das entsprechende Medium nachgenutzt werden kann, bedeutet. Also Gratis und Libre kommt also auch noch mal etwas ausführlicher vor. Und wenn Sie sich über aktuelle Dinge oder Open Access, laufende Entwicklungen informieren wollen, dann finden Sie auf meinem bereits mehrfach genannten Blog Archivalia hier eine Auswahl von wichtigen Beiträgern und neueren Entwicklungen. Und hier etwa ein Hinweis auf die sogenannte Open Accessitation Advantage, also den Vorteil, den man eben durch Open Access hat, weil eben die Mehrzahl der Studien also bestätigt haben, dass Open Access Publikationen mehr zitiert werden, aber 27 Prozent haben das auch verneint. Also das ist durchaus umstritten. Ich möchte jetzt unmittelbar anknüpfen an das, was bereits in der Einführung gesagt wurde, meine kleine Untersuchung über landesgeschichtliche Monografien in Deutschland 2019-20. Hier bin ich ja zu einem eher deprimierenden Befund gekommen. Ich habe die Webseiten von landesgeschichtlichen Institutionen, also Instituten wie dem Kieler Institut oder den Landesarchiven, den historischen Kommissionen und so weiter, großen historischen Vereinen, untersucht und dann für 2019-20, gut 2050 Monografien ermittelt. Von denen gibt es ganze 16 Open Access und ohne die staatlichen Archive wäre die Gesamtzahl der Publikationen gleich null. Und als echte Open Access Publikationen mit freier Lizenz, also Libre Open Access aus dem Zeitraum 2019-20 gibt es nur drei Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landeshauptarchivs. Das muss ausgesprochen gelobt werden, denn seit Anfang 2021 stehen auch mehr als 70 Bände der Publikationen dieses Archivs Open Access zur Verfügung. Hier, also die Pressemeldung zu dieser Ankündigung und hier wird eben abschließend auch ganz klar gesagt, neue Publikationen des Archivs erscheinen ab sofort auf dem goldenen Weg, sind also zeitgleich zur Printausgabe als E-Book kostenfrei zugänglich. Das ist natürlich großartig und das sollte eigentlich Standard sein, aber es ist eine Institution von ganz vielen, die diesen Schritt praktiziert hat. Die historischen Kommissionen, die wichtigen historischen Vereine und die Universitätsinstitute lehnen unisono goldenen Open Access für Neuerscheinungen in ihren traditionellen renommierten Schriftenreihen ab. Einige wenige experimentieren mit Open Access Angeboten und Reihen. Führend ist die historische Kommission für Westfalen, die in ihrer digitalen Materialienreihe bereits 17 Schriften veröffentlicht hat. Es wurde ja bereits erwähnt und das ist ja auch löblich, dass die Kieler Studien zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte in Open Access erscheinen. Sie können diese Untersuchung, landesgeschichtliche Monografien, die recht ausführlich geworden ist, können Sie hier in Archivalia sich anschauen. Und ich möchte nur noch hier für Schleswig-Holstein erwähnen, dass eben das Landesarchiv sich entschieden hat, mit dem Hamburger Universitätsverlag zu kooperieren. und das bedeutet, dass die Publikationen aus dieser Kooperation im Open Access erscheinen, da die Hamburg University Press nur Open Access hier publiziert. und diese Publikationen sind hier eben auf der Webseite einsehbar von der Hamburger University Press und Sie sehen, hier ist auch die, es gibt also für diese Übersichtsseite erfreulicherweise auch einen Permanent-Link und darunter sehen Sie auch einen Link, der sozusagen hier auf den Server der Universitätsbibliothek Hamburg verweist. Das ist also so ein Repositorium oder kann man als eines der Repositorien bezeichnen, wo eben hier wissenschaftliche Veröffentlichungen Open Access auch publiziert werden. Also ein Paradebeispiel für an sich für grünen Open Access, das hier aber für goldenen Open Access genutzt wird. Ich habe festgestellt, ein neuerer Sammelband des Landesarchivs ist aber nicht in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Universitätsverlag veröffentlicht worden. Ich gehe aber davon aus, dass die weiteren FIND-Bücher weiter auch bei Hamburg University Press Open Access erscheinen. Aber es ist natürlich schade, dass also ein Teil der Publikationen des Landesarchivs jetzt nicht Open Access erscheinen wird in Zukunft. Also das als Beispiel für ein Repositorium. Ich zeige Ihnen mal auch noch hier Freidoc, das ich bereits erwähnt habe. Das ist also das institutionelle Repositorium der Universität Freiburg. und da kann man also hier mitunter Volltexte oder meistens Volltexte finden, aber die Juristen sind natürlich, jetzt habe ich das spontan etwas Juristisches aufgerufen, was immer ein Fehler ist, weil die Juristen sind mit Open Access nicht so furchtbar, stehen nicht auf gutem Fuß. aber vielleicht haben wir ja bei den Dissertationen Glück. Das ist auch nicht der Fall. Gut, also Sie haben auf jeden Fall gesehen, es gibt hier in Freidoc die Möglichkeit für Angehörige der Universität, die entsprechenden Publikationen auf einem Server, die schon gedruckt vorliegen oder vielleicht auch online erschienen sind, zu deponieren. Ich zeige Ihnen da mal eitel, wie ich bin, meine eigenen Publikationen, weil von denen weiß ich, dass es sich nicht um bibliographische Einträge, sondern um Volltexte handelt. Also das sind 76 wissenschaftliche Artikel, hier beispielsweise landesgeschichtliches, nicht nur aus Baden-Württemberg, regionale Identität im südbadischen Raum. Sie können das also herunterladen als PDF. Es hat einen Permalink und wird auch hier, die Freidoc-Dokumente werden auch von der Deutschen Nationalbibliothek gespiegelt. Das heißt, da ist dann auch die Langzeitarchivierung mindestens bei der Nationalbibliothek garantiert. Also Sie finden auch diesen Volltext auf dem Server der Deutschen Nationalbibliothek. Gibt sicher auch in Kiel, wird aber leider in Freiburg häufiger auch von Historikern genutzt als meines Wissens in Kiel. Das war so ein kleiner Exkurs noch zur Verdeutlichung von grünem Open Access. Ein bisschen was zu älteren Publikationen. Ich habe dann so eine kleine Abschätzung vorgenommen anhand der landesgeschichtlichen Reihen, die ich ermittelt habe, die also jetzt auch noch bestehen. Es gibt natürlich auch Reihen, die eingegangen sind. Und dann habe ich also etwa 10.000 Titel so grob gerechnet. Also ein, das klingt natürlich viel, aber für wissenschaftliche Digitalisierungsprojekte von Bibliotheken ist das eigentlich nichts, was nicht in ein paar Jahren ins Netz gestellt werden konnte. Bisher sind von diesen geschätzten 10.000 Titeln weniger als 5%, nämlich keine 500 Titel online. Von den 103 anhand der Internetseiten überprüften landesgeschichtlichen Institutionen bieten 89 keine retro digitalisierten Schriften an. Und große Angebote gibt es nur von sieben Institutionen. Das größte Angebot macht die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, die UB Köln. Entschuldigung, da muss ich einiges schließen, weil es mir verdeckt jetzt der, mir verdeckt dieses, entschuldigung, ein technisches Problem, die Reiter. Also versuchen wir es nochmal, die Sammlungen der Publikation der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Also inzwischen sind das über 130 Objekte, also zum Teil ganz wichtige mehrbändige Werke. Teilweise eben auch aus dem Zeitraum, der sonst von Digitalisierungsprojekten kaum abgedeckt wird, nämlich aus der neueren Zeit hier Aachene Urkunden von Erich Meuthen von 1972, aber auch hier etwas von 1989, Ratsbeschlüsse. Das Problem ist, das ist natürlich eine fantastische Initiative, aber dadurch, dass diese Publikationen nicht im Karlsruher virtuellen Katalog nachgewiesen sind, sind sie so gut wie unbekannt. Also auch die im OPAC der Uni Köln findet man sie, aber man findet sie eben nicht im HBZ-Katalog und damit eben auch nicht im Karlsruher virtuellen Katalog. Also gut versteckte Schätze. Dann habe ich mir gestern mal angeschaut, wie sieht es bei den führenden landesgeschichtlichen Zeitschriften aus. Ich muss mich da entschuldigen, weil oben verdeckt bei mir eine Zoom-Meldung immer die Reiter von meinen Tabs. Deshalb kann ich das nicht wie geplant einfach öffnen, sondern muss da immer schauen, dass ich die schließe, damit ich da nicht hier in die Bredouille komme und das Tab nicht ansteuern kann. Aber das hat jetzt geklappt und ich präsentiere Ihnen hier nur die Ergebnisse. Ich habe also 29 wichtig, als wichtig identifizierte Zeitschriften geprüft und davon liegt eine einzige Open Access im eigentlichen Sinn vor. zeige ich Ihnen gleich. Drei Angebote gibt es mit PWOL, darunter das Jahrbuch für Regionalgeschichte, das ja auch von federführend von Herrn Auge herausgegeben wird. Ich gehe nicht davon aus, dass er mir das Angebot machen wird, diesen Vortrag hier zu einem Aufsatz für eine PWOL-Zeitschrift umzuarbeiten. Denn der Steiner Verlag wird sich sicher nicht darauf einlassen, ausnahmsweise einen Aufsatz der Allgemeinheit ohne Bezahlung zur Verfügung zu stellen. Große kostenlose Angebote gibt es nur für ein knappes Drittel. Zehn, da ist dann schon die Oberpfalz mit drin. Und ein allzu kleines Angebot nur für ein knappe, ein allzu kleines Angebot, die Kommission für geschichtliche Landeskunde, die Herrn Auge ja auch sehr vertraut ist. Da gibt es also Jahrgänge 2013 bis 2017 für die ZGO, Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins und die Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte, die Sie hier sehen auf dem Bücherregal, während also alle anderen entsprechenden Institutionen, wenn sie etwas ins Netz gestellt haben, wirklich geklotzt und nicht gekleckert haben. Zuletzt der Rheinische Verein. Es war also einige Jahre, gab es nur auch ein kleines Angebot, aber inzwischen ist die gesamte, ist der gesamte Erscheinungsverlauf bis auf die letzten Jahre der Rheinischen Vierteljahreshefte auch online bei der UB Bonn einzusehen. Also am besten tut man sich mit einer digitalisierenden Bibliothek zusammen und kann dann hier auch vergleichsweise ohne riesige Kosten diese Bände zugänglich machen. Dann habe ich auch mir die großen landesgeschichtlichen Portale angeschaut. Entschuldigung, das ist der falsche Beitrag, den falschen Beitrag habe ich da verlinkt. Schleswig-Holstein hat ja kein solches Portal, aber wie ich vorhin gehört habe, soll es ja auch eines geben. Und ich habe mir da vor 2019 so ein Kriterienkatalog Personavino ausgedacht. Besteht aus PER für Permalinks, SO steht für Social Media oder Sharing. N steht für Nachnutzung, A Annotation oder Feedback. VI für Viewer, Auflösung und Metadaten und NO für Normdaten kann man sich merken mit dem Satz, eine digital affine Persona kann nur mit Wein ertragen, was real existierende digitale Projekte an Defiziten zumuten. Ja, ich habe also die diversen zehn Projekte hier geprüft und sehen da ein Screenshot aus dem Kulturerbe Niedersachsen, Niedersachsen, wo hier also vorbildlich die Rechte auch angegeben werden, direkt mit diesen Creative Commons Symbolen. Und diese Haube ist also erfreulicherweise auch Wikipedia-tauglich hier online. Im Rheinland gibt es natürlich, Entschuldigung, mein Hund hat gerade versucht, das Mikrokabel, das Headset-Kabel anzuknabbern. Ja, etwas Human-Touch muss sein. Und ein Aspekt ist natürlich bei solchen großen Portalen, nicht nur, sind nicht nur die Permalinks, dass da Bahn-Württemberg keine anbietet, halte ich also für ein Unding, sondern es sollte eben auch eine Nachnutzung eben libre Open Access möglich sein. Wenn man also sieht, dass natürlich solche Institutionen wie das Landesarchiv Bahn-Württemberg durchaus bemerkenswerte Open Access-Angebote machen und Open Access auch als Ziel anerkennen, ist es unverständlich, dass man eben eine Nachnutzung im Bereich dieses Portals Leo BW auch nicht vorgesehen hat. Man kann also grob unterscheiden zwischen solchen Themenportalen und Digitalisatportalen, wobei bei den Themenportalen in keinem einzigen Fall eine Nachnutzung im Sinne von Open Access erlaubt wurde. Also nur allgemeiner Rechte, Wikipedia kann natürlich die Fakten übernehmen, aber nicht irgendwelche Formulierungen. Und was jetzt nun die Bilder in den entsprechenden Digitalisatportalen angeht, da sollte natürlich gelten, Reproduktionen gemeinfreier Flachware sind als Public Domain freizugeben, also als Gemeinfrei, der Rest etwa Fotos von 3D-Vorlagen und eigenen Texte sollten Wikipedia-tauglich lizenziert werden, also Creative Commons mit Attribution oder entsprechend Share-Alike. Und ja, man kann eben nur hoffen, dass das Schleswig-Holsteinische Portal da aus den Defiziten dieser eben nicht, sondern nur gratis Open Access zur Verfügung stehenden Portale lernen wird. So, ich habe mich hier aus meiner Seite heraus katapultiert, bin aber jetzt wieder auf der Wikiversity-Seite. Und bereits erwähnt wurde mein heutiger Beitrag zur sogenannten Monografienkrise. Ich versuche, den auch ganz kurz zusammenzufassen. Bereits erwähnt wurde dieser Band aus der Reihe der Kieler Werkstücke über den letzten Welfen im Norden. Also gehe ich jetzt nur auf eine neue, umfangreiche Monografie über Ringsburger Geschlechterkürme ein, die ich leider selber nicht gesehen habe, die scheint im Buchhandel bereits vergriffen zu sein. Und es gibt wohl auch keine antiquarischen Angebote. Außerhalb Bayerns finde ich nur Standorte in Berlin, in einer Institutsbibliothek in Freiburg, in Hamburg, in Stuttgart und in Trier. Bedeutet also kein einziges Exemplar in Hessen und in Nordrhein-Westfalen und auch der gesamte mitteldeutsche Raum fällt aus und natürlich auch nicht in Schleswig-Holstein. Und bei den landesgeschichtlichen Zeitschriften sieht es etwas besser aus, vor allem, wenn da eben ein Tauschverkehr der historischen Vereine zum Ertragen kommt. Aber die mecklenburgischen Jahrbücher, die sehr kostengünstig sind, kostet ein Band 26 Euro, also erheblich billiger auch als der Mitgliedsbeitrag von 40 Euro. Man stellt also fest, dass sie in keiner wissenschaftlichen Bibliothek in Saarland und in Rheinland-Pfalz auch nicht in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg einsehen kann. Ich muss natürlich immer dazu sagen, nach dem Stand des Karlsruher virtuellen Katalogs, wenn also kleine Archivbibliotheken oder kleine Spezialbibliotheken dort nicht erfasst sind, ist es natürlich durchaus möglich, dass man in diesen Ländern irgendwo eben durchaus einen Standort findet. Aber in den wissenschaftlichen Bibliotheken Baden-Württembergs und Nordrhein-Westfalens gibt es nur je zwei Standorte in Bayern, nur drei. Und man kann natürlich jetzt überlegen, woher kommt das? Dass das also sehr viel weniger als früher heute von den Bibliotheken mit einem universalen Anspruch angekauft wird. Da ist natürlich das Hemd näher als der Rock, sprich, eher werden regional ja aus der eigenen Region gekauft, als solche vom Ende, anderen Ende der Republik. Und wenn man eben für eine Publikation eine Vielzahl von Büchern benötigt, kann man sich selbstverständlich nicht alles kaufen. Also guckt man, ob man irgendwo einen Kontakt zum Autor oder zur Autorin hat, ob die vielleicht ein PDF zur Verfügung stellen kann. Da habe ich mir in Kiel ja schon eine Abfuhr geholt, weil man mir nicht hinreichend vertraut hat bei einem Nachschlagewerk. Und aber es gibt ja die hierzulande ausgezeichnet funktionierende Fernleihe, aber die verursacht natürlich hohe volkswirtschaftliche Kosten. Und das wird bei Überlegungen zu Open Access regelmäßig übersehen. An der UB Siegen deckten die Einnahmen an Fernleihgebühren 2018 die Kosten nur zu sechs Prozent. Und natürlich gibt es auch eine Variante von Murphy's Law, die lautet, wenn du das Fernleihbuch zurückgegeben hast, entwickeln sich deine Forschungen mit Sicherheit so, dass du zu wenig Seiten kopiert hast. Und natürlich verbietet sich nicht nur aus Urheberrechtlichen, sondern auch aus Zeitgründen verbietet sich das konsequente Durchkopieren jeder Buchfernleihe. Aber es gibt durchaus Leute, denke ich, die das machen. Aber ich habe die Zeit nicht. Ich möchte jetzt nur nicht behaupten, dass durch die zunehmend unbefriedigende, während der Verbreitung geisteswissenschaftlicher Monographien in den wissenschaftlichen Bibliotheken und die Probleme mit den Fernleihen, dass dadurch die Forschung gänzlich da niederliegt. Aber die Bibliotheksschließungen während der Corona-Pandemie haben meines Erachtens klar bewiesen, wie verletzlich eine Wissenschaftskultur ist, die sich wie die landesgeschichtliche Forschung weitgehend dem digitalen Publikationswesen verweigert. Natürlich heißt das Remedium Open Access. Nur Open Access sorgt für wissenschaftliche Chancengleichheit und kann die ungleiche Verteilung von Ressourcen und auch natürlich die von manchen Zufälligkeiten bestimmte ungleiche Verbreitung von Bibliotheksstandorten eines Buchs ausgleichen. Wird konsequent auf Open Access gesetzt, braucht es auch kein Vetterle, um es schwäbisch auszudrücken, dass ein PDF oder einen Scan schicken kann. Es gibt natürlich auch noch weitere Argumente für Open Access. Bereits genannt habe ich diesen Vorteil bei der Zitierung. Open Access-Publikationen werden mehr zitiert. So zumindest eine Mehrheitsmeinung. Und ganz wichtig für Bücher, Open Access bedeutet keine Gefahr für den Verkauf der Werke. Vor kurzem hat die Universität Leiden betont, dass mehrere Studien bisher gezeigt haben, dass das Argument, ein Open Access-Buch verkauft sich nicht in gedruckter Form, nicht zutrifft. Und ein vielleicht auch nicht ganz unwichtiges Argument ist das sogenannte Steuerzahler-Argument. Was alle bezahlen, soll auch allen gehören. Und selbst bei den historischen Vereinen kann man nicht ausschließen, dass öffentliche Gelder zur Unterstützung der Drucklegung fließen. Und auch bei diesen ist natürlich auch indirekt eine Subventionierung, zum Beispiel durch die Betreuung universitärer Qualifikationsarbeiten gegeben. Man fragt sich also, wenn so viele Gelder in solche Publikationen fließen, wieso sollen dann die Verlage da im Profit machen können? Und die Institute sind dann zum Teil auch gezwungen, ihre eigenen Arbeiten selber zu erwerben, wenn sie nicht ein Exemplar von der dankbaren Autorin oder dem dankbaren Autor geschenkt bekommen. Ja, ein paar Tipps für die Retro-Digitalisierung finden Sie in diesem am Ende des bereits genannten Beitrags vom Anfang des Jahres zu den Monografien. Ich will jetzt, da die Zeit mir wegläuft, mich zunehmend kurz fassen. Man sollte also Lücken füllen, was jetzt Gemeinfreies angeht. Sie finden hier auch einen Link zu meinem Gemeinfreitag 2016 bis 2018, wo ich eben versucht habe, hier jeden Freitag möglichst viel Gemeinfreies ins Netz zu kommen. Insgesamt in diesen drei Jahren waren das über 2800 Gemeinfreie Medien mit ein wenig Hilfe von anderen, aber das meiste habe ich eben selber hier gemacht. Und ich habe eben kein dickes Institut hinter mir und habe das also nur selber hier im Wesentlichen selber da in die Wege geleitet. Und oft ist es eben so, dass eben Bibliotheken sich durchaus bereit erklären, wenn man anklopft, Bücher kostenlos, also Gemeinfreie Bücher auch kostenlos zu digitalisieren. Sicher nicht die Kieler Bibliotheken, aber im Deutschen Süden gibt es also oder auch verteilt über Deutschland gibt es einige Bibliotheken, zu denen ich wirklich ganz gute Beziehungen habe und die mir eigentlich kaum einen Wunsch bisher abgeschlagen haben, auch zum Teil, was jetzt sehr umfangreiche Werke angeht. Und es gibt eine gesetzliche Möglichkeit, die bisher bis zu diesem Monat sehr gut funktioniert hat, aber durch eine Gesetzesänderung muss man da wohl ein paar Monate, vielleicht sogar noch länger warten, bis dieses Verfahren wieder neu eingerichtet ist. Damit konnte ich also zum Beispiel bei der Unibibliothek Bielefeld eine ganze Reihe von wichtigen oder mehr oder minder wichtigen landesgeschichtlichen Monografien auch befreien und ins Netz bringen. Die Uni Bielefeld hat dann kostenlos die Bücher digitalisiert und die wirklich sehr niedrigen Lizenzgebühren, und ich glaube, das sind so um die sechs bis zehn Euro pro Buch dann abgeführt. Und nach einer Wartezeit von etwa sechs Wochen, die wird jetzt entsprechend auf sechs Monate verlängert, nach einer Wartezeit von sechs Wochen war dann tatsächlich das Buch auch im Netz. Und als letztes hat man mir also mitgeteilt, dass die von mir beantragte Geschichte der Amtsstadt Schorndorf aus dem Jahr 1959 jetzt online ist. Schorndorf ist Herrn Auge möglicherweise bekannt, er nickt, also ein schwäbisches Heimatbuch, aber durch eine wissenschaftliche Dissertation von zentraler Bedeutung für das Mittelalter dieser winzigen schwäbischen Stadt. Und ich melde das natürlich, wenn mir sowas gelingt in Archivalia, zeige Ihnen jetzt gerade mal hier die digitalen Sammlungen der Uni Bielefeld, die also erfreulicherweise dieses Buch in ihrem Bestand hatten, obwohl sie sonst nicht allzu viel leider Relevantes haben. Aber das ist jetzt lizenziert worden und das funktionierte für die Publikationen bisher bis 1965. Nun gibt es eine Moving Wall, also das schreitet dann immer fort, also 30 Jahre, eine 30-Jahres-Frist und was vorher liegt, kann über dieses Verfahren, wenn es denn wieder funktioniert, dann entsprechend ins Netz gestellt werden. Es haben also auch viele andere Institutionen, nicht nur die Uni Bielefeld, solche Lizenzen bisher beantragt. Und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, einfach wenn das wieder funktioniert, bei diversen Bibliotheken anzufragen, ob landesgeschichtliche Monografien einfach für lau hier digitalisiert werden können und damit auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden können. Und man kann natürlich Genehmigungen einholen, was ich bei einer Reihe von Schwäbisch-Gmünder Heimatforschern erfolgreich gemacht habe. Als Ergebnis dieser Bemühungen habe ich hier eine Bibliografie zur Schwäbisch-Gmünder Kriminalitätsgeschichte von immerhin gut 120 Titeln veröffentlicht und wirklich bemerkenswert oder einzigartig bundesweit ist der hohe Anteil 76 Prozent von kostenfreien Volltexten im Open Access. Also Sie sehen, bis 1948 ist 100 Prozent online und auch von den Publikationen 1975 bis heute ist über 70 Prozent online. Online, das liegt vor allem auch daran, dass die Witwe des ehemaligen Schwäbisch-Gmünder Stadtarchivars da eine entsprechende Genehmigung erteilt hat und damit sind nicht weniger als 31 Publikationen kostenfrei zugänglich. Also wenn man will, kann man einiges bewirken, möchte ich damit nur sagen. Und wenn man also die Genehmigung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hat, kann man also durchaus einiges ins Internet Archive auch hochladen. Das hat in letzter Zeit wirklich bei Bekannten von mir gut funktioniert. Während früher habe ich also immer geschrieben, ja, dann machen Sie das doch Open Access zugänglich. Und dann war das in den allermeisten Fällen nicht von Erfolg gekrönt, weil die Leute müssen selber was tun. Die müssen sich ein Repositorium suchen, wo sie es hochladen, weil Academia, Edo und Konsorten ist für mich kein Open Access Repositorium. Und wenn ich einfach sage, ich lade für Sie es ins Internet Archive hoch, klären Sie es gegebenenfalls mit dem Verlag, was in der Regel bei Aufsätzen auch gar nicht nötig ist, dann habe ich also in letzter Zeit durchaus Glück gehabt und nicht nur bei Herrn Professor Auge, der mir vor wenigen Tagen gestattet hat mit Genehmigung auch der Mainzer Zeitschrift, einen kleinen Aufsatz von ihm, den er in der Mainzer Zeitschrift 2018 über einen württembergischen Kleriker veröffentlicht hat, hier im Internet Archive zugänglich zu machen. Also eine ganz... Herr Graf, wir müssen bald zum Abschluss kommen, vielleicht noch so fünf Minuten. Okay, ja, ich verweise einfach darauf, dass Sie hier sich über landesgeschichtliche Blogs informieren können auf dieser Seite. Es gibt leider nur eine Handvoll Blogs, gern würde ich Ihnen Jan Wieskes Blog, das Sie hoffentlich alle kennen, zur Nachahmung empfehlen. Und ich habe hier Beispiele für kleine Forschungsbeiträge, von denen ich an die 500 in Archivalia bereits veröffentlicht habe, Ihnen zusammengestellt, also von dem Blog in Ostfriesland, an dem Blog zur rheinischen Geschichte und dem Blog von Braunschweig. Und als letztes wollte ich auf Citizen Science, Bürgerwissenschaft, Crowdsourcing und Mitmachprojekte eingehen. Da sind eigentlich die Genealogen führend, auch gelegentlich gibt es Crowdsourcing-Projekte von Archiven, Transkriptionen, Fotoidentifizierung, Georeferenzierung von Karten. Und von den Wikimedia-Projekten habe ich Ihnen hier auch Beispiele von Wikisource aufgelistet, etwa eine Seite zu Lübeck oder ich selber habe auch versucht, zu, denke ich, 90 Prozent erfolgreich, die gesamte gemeinfreie Überlieferung der Stadt Schwäbisch Gmünd auf dieser Wikisource-Seite nachzuweisen, mit Ausnahme der Pressepublikationen, also der Tagespresse, dürfte das eigentlich, wie gesagt, sehr vollständig sein. Und ich habe auch eine riesige Quellenkunde zu den Burgunderkriegen in Wikisource realisiert, wo ich eben auch die entsprechenden Überlieferungsangaben hier da angeführt habe. Und einzelne kleinere Projekte waren eben das, oder mein letztes Projekt war eben, dass ich die Mitteilung des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück bis 1925, denke ich, ins Netz bekommen habe, solange, soweit die eben nicht mit einem, also soweit die eben nicht schon frei zugänglich waren. Also das heißt, wenn die in HT Trust verfügbar sind, einer großen digitalen Bibliothek, die viel zu wenig bekannt ist, dann habe ich die eben mit einem entsprechenden Tool ins Internet Archive geladen und dann auf dieser Seite von Wikisource hier auch verlinkt. Also bis 1925 ist das, sind also alle Jahrgänge komplett der Osnabrücker Mitteilung einsehbar. Und wenn Sie sich also mehr über praktische Tipps informieren wollen, auf einem sehr veralteten Stand habe ich eine Seite in diesem Projekt Wikiversity angelegt, wo ich ja auch heute die heutige Präsentation eingebracht habe. Damals habe ich in Freiburg und in Aachen darüber referiert und am Schluss habe ich dann Wünsche an die landesgeschichtliche Forschung formuliert, die im Grunde genommen in diesen acht Jahren oder neun Jahren bisher mir nicht erfüllt worden sind, weshalb ich mir die Freiheit nehme, die heute nochmal abschließend zu wiederholen, also Lücken schließen und noch nicht Digitalisiertes ins Netz stellen. Haben wir vorhin besprochen, Google Scans, die nur mit Proxy zugänglich sind, ins Internet Archive hochladen. Das gilt auch für HathiTrust, ist also durchaus kein Zauberkunststück. Digitalisate müssen an prominenter Stelle nachgewiesen werden, zum Beispiel in der Wikisource oder in der Wikipedia. Mein Appell in den Wikimedia-Projekten mitarbeiten, also an der Wikipedia mitarbeiten und auch in Wikisource mitarbeiten, gegebenenfalls Genehmigung des Rechteinhabers einholen. Davon war auch die Rede. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt nicht mehr ausführen kann, ist bei jedem Projekt zum Beispiel, jeder Veröffentlichung auch von Aufsätzen, sich fragen, welche Quellen und Sekundärliteratur kann und darf ich online der Allgemeinheit zugänglich machen. Da darf man erheblich mehr. Vielleicht kann ich in der Diskussion auch noch was über den aktuellen Paragrafen 68 Urheberrechtsgesetz über die visuellen Quellen noch sagen. Und wir hatten ja breit auch darüber gesprochen, eigene Publikationen, Open Access zur Verfügung zu stellen. Das ist einfacher, als man denkt. Und der letzte Punkt, auch der, den habe ich heute erwähnt, Blogs lesen und selber bloggen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Graf, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich großartigen Überblick. Weil wir jetzt noch diskutieren und Fragen stellen wollen, will ich jetzt gar nicht groß nochmal referieren, was Sie uns gerade vorgestellt haben. Auf jeden Fall haben Sie uns Ihren, ich glaube, da zitiere ich Sie hoffentlich richtig, deprimierenden Befund zu Open Access in der Landesgeschichte ja wirklich nochmal quantitativ und qualitativ ausgeführt, sowohl für den Bereich der Monografien wie auch der Zeitschriften. Und ja, von mir auch ein ganz herzliches Dankeschön, weil Sie mir mit vielen Sachen sehr aus der Seele gesprochen haben. Und in Bezug auf Ihre Wünsche würde ich mir vielleicht auch nochmal wünschen, dass wir alle vielleicht nochmal in einem Jahr zusammenkommen oder dass Sie unsere Abteilung einfach weiter gut im Blick haben. Denn ich kann jetzt wirklich nur eine kleine Auswahl bieten, aber mit Kolleginnen und Kollegen dieser Abteilung wird sich, wenn auch nicht ein Block zur Regionalgeschichte, da vielleicht noch kurze Fußnote in dem Konzept zu einem digitalen Haus der Landesgeschichte, nämlich Landesgeschichte digital denken, so heißt es, wurde ja explizit ein Block als ein partizipatives Element gefordert. Also als Teil dieses digitalen Hauses der Landesgeschichte, als organischer Teil sollte ein Block, wenn dann entwickelt werden. Und wenn es auch noch nicht zu dieser Blockentwicklung kommt, weil ein digitales Haus der Landesgeschichte für Schleswig-Holstein noch etwas auf sich warten lässt, so wird es die Geschichtsgesellschaft, die jetzt bald mit Kolleginnen, wie gesagt, von dieser Abteilung realisieren, einen regionalgeschichtlichen Podcast ins Leben zu rufen. Dadurch versuchen wir natürlich auch schon, regionalgeschichtliche Themen aus ganz verschiedenen Epochen einfach, ja auch im Sinne von Citizen Science einfach bekannter zu machen. Dann starten wir hier an der Abteilung Grad ein Citizen Science Projekt, wo es um die Universitätsmatrikel geht. Wir empfinden Universitätsgeschichte ja auch als einen großen Part der Regional- und Landesgeschichte. Das läuft gerade an, da werden wir in Kürze einen Beitrag zu veröffentlichen. Also es sind einige Sachen im Entstehen, die vielleicht in ihre Richtung zielen. Und wir hoffen natürlich, dass diese dann auch dementsprechend gut anlaufen und einige der Wünsche auch einlösen können. Ich möchte jetzt aber gleich als erstes eigentlich für mich so ein bisschen die Frage, die jetzt nach Ihrem tollen Vortrag eigentlich die ganze Zeit mitgeschwungen ist. Sie haben uns das ja auch anhand vieler Beispiele vorgestellt. Eigentlich Sie gerne fragen, wir sind ja hier unter uns, wo ist denn die große Barriere? Woran liegt es denn, dass in der Landesgeschichte noch so wenig Open Access genutzt wird? Oder fassen das auch etwas größer? Digitale Methoden vielleicht auch, wenn Sie es vielleicht meinen, nicht so stark eingesetzt werden? Ich habe mich vor kurzem auch wieder mit einer Kollegin und einem Kollegen, seines Zeichens Informatiker, Torge Petersen, der ist auch hier. Wir haben uns in einem kürzlich erschienenen Sammelband dafür ausgesprochen, dass doch die Regionalgeschichte besonders prädestiniert sei, digitale Methoden zu nutzen, aus ganz verschiedenen Gründen. Also warum scheint das Ihrer Meinung nach noch nicht zu greifen? Ist es der Habitus? Und von uns Regionalhistorikerinnen und Regionalhistoriker sind es wirklich, Sie haben es angedeutet, die Verlage, die da einfach eine große Hürde aufbauen. Vielleicht noch mal eine Einschätzung von Ihnen. Was sind so die größten Hürden in dem Bereich? Also ich hoffe, dass ich bei den Antworten nicht zu lange antworte. Ich denke, es ist eine Vielzahl von Faktoren. Ein sicher eher boshafter Faktor ist natürlich, es ist auch ein Altersproblem. Also viele Akteure der landesgeschichtlichen Forschung sind über 60, wie ich auch, und haben eben den Anschluss ein bisschen verpasst. Und die traditionellen historischen Vereine klagen ja auch über eine Überalterung. Nun haben wir aber auch ganz viele junge landesgeschichtliche Forscherinnen und Forscher. Und da ist es natürlich schwierig, wieso die so skeptisch, oder ich habe auch keine wirklich schlüssige Erklärung, wieso diese persönlichen Personen so skeptisch der Open Access zur Verfügung, also gegenüberstehen. Ich denke, es ist da einfach auch eine Frage des Renommees, gedrucktes Papier. Das kann man damit, das kann man herzeigen, das kann man der Oma auch schenken. Damit kann man Eindruck schinden und Open Access Publikationen, die sind unkörperlich, die kann man sich nicht ins Regal stellen und damit prunken. Also das ist sicher ein Faktor, ob das jetzt, und es ist natürlich, gibt eine große Unsicherheit in Sachen, was darf ich überhaupt? Und wenn man natürlich jetzt von Pontius zu Pilatus laufen muss, um einen Open Access Verlag zu finden, der wirklich die einigermaßen brauchbare Bedingungen da auch für einen bietet, dann sagt man sich, wieso soll ich dann nicht zu der renommierten Reihe, die eben gedruckt erscheint und wo ich wirklich in einer sehr guten Umgebung bin, wieso soll ich da nicht hingehen und soll dann da im Grunde, soll dann da nicht publizieren. Also ich wollte auch noch sagen, wenn jetzt jemand von Ihnen konkreten Beratungsbedarf hat, dann kann er sich gern an mich wenden. Ich helfe also, wie Sie vielleicht auch gemerkt haben, gern mit pragmatischen Ratschlägen und finde auch, man kann es durchaus mit dem Motto Kiss, keep it simple and stupid, kann man eine ganze Menge mehr und mit vergleichsweise geringem finanziellem Aufwand bewirken. Also wie gesagt, informieren Sie sich über die Rechtslage oder fragen Sie mich und dann können Sie wirklich von heute auf morgen Open Access praktizieren. Also das ist ein Angebot, was definitiv einige von uns in Anspruch nehmen werden. Ich darf aber jetzt die erste Frage an Herrn Auge leiten. Vielen Dank, Frau Brunen und natürlich auch von meiner Seite an Sie, lieber Herr Graf. Vielen herzlichen Dank. Also das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber man schweift ja manchmal gedanklich auch ab und dann ist mir doch tatsächlich eingefallen, dass wir uns schon 25 Jahre persönlich kennen und in dieser Zeit hat sich viel getan. Ich weiß aber, dass Sie ja schon Ende der 90er Jahre eifrig ins Internet abgewandert sind. So wurde das damals auch gesehen und also ich möchte schon meinen jetzt im Nachgang, aber das werden Sie selbst auch so sagen, Herr Graf, haben Sie den richtigen Weg beschritten, vorausschauend, was manche in der Zunft damals nicht machten und vielleicht ist auch das, was Sie heute dargestellt haben, immer noch ein bisschen aus der Sichtweise der Zunft am Scheideweg zu beschreiben und tatsächlich also vieles von dem, was Sie gesagt haben, das würde ich unterschreiben, bis hin jetzt gerade zu dem zuletzt erwähnten Altersproblem. Ein Beispiel, ich durfte ein Kieler Urkundenbuch in der Zeitschrift für schleswig-holsteinische Geschichte besprechen, das wird also in der nächsten gedruckt werden und ich habe dann unter Hinweis auf Herrn Wieskes Blog Ihnen da quasi im Original zitiert, weil Herr Wieske da schrieb, das ist ja der Hammer, dass dieses Kieler Urkundenbuch gleich Open Access erschienen ist und das fand ich so ein schönes Zitat und der verantwortliche Redakteur schrieb mir nur zurück, der ist schon ein älteres Semester, was ist denn daran das Besondere, wenn man irgendwas digitalisiert? Der hatte gar nicht den Dreh raus, was denn jetzt der Unterschied ist zwischen einem normalen Digitalisat, für was man zahlen muss und dann eben Open Access, also das ist nur meine Erfahrung. Und ich kann tatsächlich auch nur unterschreiben, was Sie so beiläufig gesagt haben, dass diese Befürchtung, die ja offenbar viele, gerade auch die Verlage haben, dass man mit den gedruckten Büchern dann kein Geld mehr verdient, eine falsche ist. Denn die Ergebnisse bei den Vorträgen und Forschungen des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte zeigen, dass seitdem diese Bände allerdings mit Abstand von drei Jahren digital ins Netz gestellt werden, viel stärker rezipiert werden. Also die Abrufzahlen gehen in die Höhe, aber witzigerweise gehen die Verkaufszahlen der Bände nicht zurück. Ganz im Gegenteil, es gibt manchmal noch so eine Nachwelle und die Bände werden dann noch frisch dazu erworben. Also das sind so Beispiele, um nur zu zeigen, diese Ängste, die sind höchstwahrscheinlich unbegründet. Und Sie haben ja tatsächlich häufiger, und das fand ich übrigens sehr schön und von mir auch so erwartet, Kieler Beispiele gebracht. Und Sie wissen das, Herr Graf, ich habe ja bei WIC sehr schnell reagiert, weil ich es eben so verstehe, wie Sie auch. Wir sind ja dazu angehalten, das Produkt, was wir gewissermaßen hier niederschreiben, dann auch auf die Welt zu bringen. Und je freier der Zugang ist, desto stärker findet ja auch überhaupt eine Rezeption statt. Ein Buch, das nur bei mir allein im Bücherregal steht, das bringt ja niemanden etwas. Aber wir sind häufig genug Opfer der Verlage. Das gilt für einzelne Publikationen bei Reihen, die wir eben betreiben. Das gilt bis hin zu Zeitschriften und Journalen, die wir als federführende Herausgeber hier betreiben. Also ich weiß, jetzt werden wir gefilmt, deswegen kann ich nicht zu offen sprechen. Aber wir sind ja in einem stetigen Diskussionsprozess. Und ich bin manchmal sehr überrascht, wie dann eben gerade die Verlagsseite doch konservativ argumentiert. Und also ich hoffe auch, dass da ein Denkprozess weiter im Gange ist und in die richtige Richtung geht. Denn also Sie haben das Jahrbuch für Regionalgeschichte angesprochen. Da ist noch viel Spiel möglich. Das wollte ich nur dazu bemerken und eben nochmals sagen, ich habe selbst sehr viel gelernt. Bis hin zu dem mir bisher Asche auf mein Haupt nicht bekannten Persona Vino. Ich habe mir auch den Merksatz gemerkt. Das ist ja sehr einfach gehalten. Und ja, danke Ihnen deswegen noch einmal sehr stark. Und also auch ich werde sicherlich mal auf Sie zukommen. Denn wenn Sie sagen, Sie haben Tipps, wie man sich da auch aus Würgegriffen der Verlage lösen kann, dann soll das doch für uns alle hilfreich sein und wird auch von mir genutzt werden. Das nur noch mal als Bemerkung, nicht eben als Frage. Vielen Dank. Wunderbar. Ich glaube, eine Frage haben wir jetzt aber wirklich von meinem Kollegen Knut Kollex. Ja, vielen Dank auch noch mal von meiner Seite. Ich kann mich sozusagen den Ausführungen von Herrn Auge im weitesten Sinne auch anschließen. Also auch ich habe sehr viel mitgenommen aus Ihrem Beitrag. Also es war ja schon ein unglaublicher Fundus, den Sie uns da gezeigt hatten. Also vieles war mir selber auch gar nicht bewusst. Von daher ist es auch sicherlich ganz hilfreich, dass Sie das alles so übersichtlich in Ihrem Blog zusammentragen, dass man eben sozusagen auch ein bisschen darauf stoßen kann. Und da sehe ich so ein bisschen vielleicht auch das Problem bei diesen ganzen verschiedenen Open Access Angeboten, nämlich die Frage, wie findet man sie denn eigentlich? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass es zu wenig wahrgenommen wird. Das ist ja auch schon so ein bisschen angesprochen worden. Und da würde mich natürlich noch mal Ihre Einschätzung interessieren, wie Sie das denn sehen? Was könnte man noch mehr machen? Und das vor allem auch im Zusammenhang mit, ich sage es jetzt mal leicht polemisch, mit Ihrem Kreuzzug sozusagen gegen das Verlagswesen. Das ist natürlich so eine Sache, die wollen auch Geld verdienen. Ich stelle mir aber die Frage, braucht es nicht vielleicht so etwas wie einen Verlag, sozusagen jemand, der professionell das Ganze eben auch einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann, eben sozusagen die Vermarktung des Ganzen. Das ist ja im Grunde die Aufgabe auch des Verlags, das Ganze unter die Leute zu bringen. Dann eben für den Online-Bereich, also da bestehen ja vielleicht auch irgendwie noch so Defizite bei den Verlagen. Aber trotzdem sehe ich ja hier so ein bisschen so eine Aufgabe von Verlagen, die dann natürlich in irgendeiner Form auch finanziell honoriert werden müsste. Also insofern würde ich jetzt noch mal eine kleine Lanze für die Verlage brechen. Aber in dem Zusammenhang fände ich es auch ganz spannend, vielleicht mal von Ihnen so als Anregung, so eine Art Podiumsdiskussion zu erleben. Sie auf der einen Seite und vielleicht jemand von einem Verlag auf der anderen, dass man da so ein bisschen das gegenüberstellen könnte. Also das würde ich mir schon ganz, das stelle ich mir schon ganz vielversprechend vor. Aber genau, aber vielleicht können Sie darauf noch ein bisschen was zu sagen, ob die Verlage wirklich überflüssig sind oder was sozusagen die Alternative wäre, um sozusagen diese ganzen Angebote auch noch mal besser wahrnehmen zu können. Denn das ist ja im Moment so ein bisschen das Problem. Vieles von diesen wirklich spannenden Sachen, hilfreichen Angeboten, darauf stößt man ja in erster Linie jetzt nicht so ohne weiteres. Ganz herzlichen Dank für die Punkte. Ich möchte den ersten Punkt zur Sichtbarkeit oder zur Auffindbarkeit einfach auch wieder pragmatisch herunterbrechen, wie das ja, also ich habe gern auch einen gewissen hemdsärmeligen Zugang dazu und einfach als Vorschlag zu machen, dass es ja nun kein Ding der Unmöglichkeit wäre, etwa die von mir ermittelten Open Access Angebote landesgeschichtlicher Institutionen auf einer Internetseite oder auch in einem Wiki einfach zusammenzustellen. Weil ich hatte ja auch erwähnt, die Rheinische Gesellschaft hatte ein fantastisches Angebot bei der UB Köln, das aber im Grunde genommen selbst für Insider wie mich kaum sichtbar ist, weil ich eben erst mal recherchieren muss, ist dieser Band dann gegebenenfalls online. Ich finde ihn also nicht über mein normales Häkchen beim Karlsruher virtuellen Katalog und das ist etwas unerfreulich. Also wenn man allein schon diese Open Access Angebote und auch die Zeitschriftenartikel natürlich in eine Datenbank oder auch eine Webseite bringen könnte, aus dem landesgeschichtlichen Bereich wäre das schon ein riesen Fortschritt. Dann könnte man einfach in Kooperation etwa mit dem Register Imperii da sofort finden, dieser oder jener Aufsatz ist bereits kostenlos online. Und die zweite Frage ist natürlich sehr umstritten. In den Naturwissenschaften verdienen sich ja auch schon Verlage oder große Verlage eine goldene Nase mit Open Access. Und es gibt da ja diesen sogenannten Plan S und der also vorsieht, dass zeitnah die Publikationen oder gleichzeitig mit der Veröffentlichung die Publikationen auch Open Access vorliegen sollen, wenn sie eben von diesen Förderorganisationen unterstützt werden. Und Nature hat da so als Zahl für einen Aufsatz 9000 Euro entsprechend in die Diskussion oder in die Debatte geworfen beziehungsweise verlangt eben für einen solchen Aufsatz, der diese Anforderung von dem Plan S erfüllt, 9000 Euro. Das ist natürlich generell so, dass da zum Beispiel eben naturwissenschaftliche Fachorgane kosten also schon mal 20.000, 30.000 Euro im Jahr. Während die mecklenburgischen Jahrbücher kriegen sie für 26 Euro. Das ist also schon ein Riesenunterschied zwischen den Disziplinen. Und deshalb würde ich sagen, niederschwelliger Open Access in der Landesgeschichte wäre auch gut möglich, wenn man eben zum Beispiel mit Verlagen bestimmte Fristen aushandelt, dass man eben sagt, nach drei Jahren sind also die Sachen so gut wie abverkauft oder der wesentliche Umsatz ist da eigentlich gemacht, abgesehen von Long-Sellern, dann kann das Ding regelmäßig, kann es eben Open Access gestellt werden. Und wenn eben ein Verlag an dieser Zeitschrift, ich nenne jetzt eigentlich keinen Namen, etwa Interesse hat, dann gibt es auch schon Zeitschriften, die mit den Verlagen entsprechend die Freigabe der früheren Bände bis zu einer Moving Wall entsprechend auch vereinbaren konnten. Und man kann also da durchaus, weil man sitzt ja als Autor oder als Herausgeber, hat man ja doch eine stärkere Position, als man denkt. Also ich bin grundsätzlich nicht gegen pragmatische Vereinbarungen. Wenn Verlage ein einigermaßen brauchbares Open Access Angebot machen, das auch finanzierbar ist und das heißt eben nicht wie der Gräuter irgendwie 6.000 Euro pro Buch, dann habe ich da überhaupt kein Problem damit, wenn man mit denen zusammenarbeitet und wenn man auch die eine oder andere Kröte schluckt. Aber wenn man dann eben sieht, diese oder jene Zeitschrift ist in ihrem kompletten Erscheinungsverlauf eben Paywall, dann ist eben bei mir die Grenze da. Und dann sage ich, da hat der entsprechende historische Verein, also könnte man jetzt anhalen, das historische Verein für den Niederrhein, die bei der Gräuter sind, da ist bis auf die älteren gemeinfreien Bände nichts online. Da sage ich, da macht der Verein etwas falsch. Ja, herzlichen Dank. Felicia Engelhardt mit einer Frage. Ja, vielen Dank, Herr Graf, für Ihren äußerst interessanten Vortrag. Tatsächlich haben Sie meine eine Frage gerade beantwortet. Ich hätte nämlich auch gefragt, wie sich das Ganze strukturell realisieren lassen würde in der Zukunft, nachdem Sie ja die Rolle des Einzelkämpfers so stark betont hatten. Aber ich denke, da haben Sie jetzt gerade ja schon einen Weg aufgezeichnet. Ich hätte somit also nur noch eine ganz kleine Interessensfrage. Und zwar hatten Sie ganz zu Beginn von den Studien gesprochen, die eben den Open Access mit den Druckwerken vergleichen würden und wie oft die eben jeweils dann immer rezipiert und gelesen würden. Und da habe ich mich gefragt, wie dieses Studiendesign denn aussieht. Also mir ist schon klar, dass man natürlich bei einem Open Access die Aufrufszahlen hat, die einem da Auskunft geben, wie oft jetzt ein bestimmtes Werk angeklickt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man natürlich bei Verlagen fragen kann, wie oft sich ein Buch verkauft. Aber wie ist es nun mit älteren Werken, die nun schon etwas länger in einer Bibliothek liegen? Fragt man dann jede Bibliothek einzeln an, wie oft das Buch in der Vergangenheit ausgeliehen wurde? Und wenn ich jetzt gerade an unsere Fachbibliothek denke zum Beispiel, die wird da gar keine Auskunft geben können. Also wie macht man sowas überhaupt greifbar? Wie kann man da den Open Access mit den Druckwerken vergleichen, wenn das schon so weit zurückliegt bei einem bestimmten Werk oder bei einer Urkunde? Oder ja, was es eher so alles gibt. Vielen Dank. Vielen Dank für die interessante Frage. Da muss ich natürlich sagen, das geht natürlich nicht. Diese ganzen Studien, die zu dieser Zitats-Zitierungshäufigkeit oder diese bibliometrischen Studien beziehen sich auf Zeitschriftenartikel. Da kann man Zitate sehr viel, und es gibt da ja auch eine lange Tradition, solche Zitate zu messen. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Deshalb differieren auch die Ergebnisse dieser Studien. Ich kenne jetzt persönlich keine Studie, die das Gleiche auf Buchebene versucht hat, obwohl man da zum Beispiel auch über Google Scholar oder einfach über eine Google-Web-Suche durchaus ein paar Versuche starten könnte, zu schauen, wie sieht das dann aus. Aber ich denke, im Augenblick ist das noch so am Anfang, dass man da keine validen Ergebnisse bekommen könnte. Also, wenn man eben bestimmte Zitationen feststellt in künftigen Werken, dann ist, oder in Werken, die später sind, also wenn das Werk A das Werk B zitiert, das kann man natürlich, wenn die Werke als Volltext vorliegen, kann man natürlich inzwischen schon auch machen. Aber es ist natürlich nicht möglich, so etwas wie Abrufzahlen für gedruckte Werke im Sinne von Ausleihen. Da ist auch der Datenschutz ein Problem oder diese Daten sind schlicht und einfach nicht vorhanden. Also, das geht gar nicht. Also, da muss man sagen, wir müssen uns da auf bestimmte Einsichten der Zeitschriftenliteratur verlassen. Aber diese Übertragung der Ergebnisse ist natürlich, ja, ein bisschen schwierig. Und es gibt aber durchaus, was jetzt dieses Verkaufsargument angeht, gibt es also durchaus auch von Verlagsseite oder auch, ja, unabhängige Untersuchungen, die eben sagen, wenn man eben vergleicht, auf der einen Seite Open Access Publikation und gedruckte Publikation, dann ist also der Absatz, der, was ja auch so ein Kriterium für das Gelesenwerden ist, dann ist der Absatz eben nicht notwendigerweise deutlich schlechter. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Open Access erhebliche Vorteile auch im Sinn der größeren Sichtbarkeit für die Landesgeschichte hat. Also, ich erinnere mich dran, als ich Ende der 1990er-Seite inzwischen auch schon, ja, aus dem normalen Netz verschwundene Homepage ins Netz gestellt habe, dass ich da eben so große Zugriffszahlenzeit für ganz entlegene Schwäbisch-Gmünder-Themen hatte, wo ich dann gesagt habe, mit meinen gedruckten Publikationen, die ich ja bisher, also bis zu diesem Zeitpunkt auch in reicher Fülle vorgelegt hatte, hätte ich das nie erreicht. Und ich denke auch, dass etwa mein Blog Archivalia mit etwa 1000 Besuchern pro Tag, da kann sich eine landesgeschichtliche Publikation in gedruckter Form durchaus eine Scheibe von abschneiden. Versuchen Sie es nochmal ein bisschen, spielen Sie mit der Technik rum. Wir hören ja, wenn Sie bei uns ankommen. Ich würde jetzt dann vielleicht einmal kurz Christian Hoffert eine Frage stellen lassen und vielleicht kriegen wir die Technik ja noch zu laufen bei Herrn Wieske. Christian. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut zu hören und ohne Unterbrechung. Bei mir sind nämlich die Bildchen alle irgendwie abgehackt und eingefroren. Aber ich habe einen guten Ton und hoffe mal, dass mein Ton auch gut ankommt. Ja, auch von mir vielen Dank, Herr Graf, für den spannenden Vortrag. Und damit Sie verstehen, aus welcher Richtung ich herkomme, ich habe mal in Heidelberg neuere Literaturwissenschaften studiert und der Mensch, der meine Magisterarbeit betreut hat, bei dem ich auch den Hauptteil meines Hauptstudiums bestritten habe, hatte den schönen Namen Roland Reuss. Und nun kann ich mir denken, was Sie von Roland Reuss halten. Und wir müssen auch, glaube ich, gar nicht diskutieren, was der Mann so verbreitet hat in den letzten Jahren. Aber ich konnte eben damals wirklich live miterleben, wie er seine Position gegenüber Open Access entwickelt hat und wie er sich da so reingesteigert hat nach und nach. Ich glaube aber immer noch, dass er ein, zwei Punkte hat, die bedenkenswert sind. Und zwei Punkte würde ich gerne ansprechen und würde Sie gerne um Ihre Meinung darum bitten. Und es geht bei beiden Punkten um Publikationen, die ausschließlich digital erscheinen. Also, wie wohlgemerkt, keine hybriden Publikationen, die man gedruckt und digital hat, sondern die eben nur noch Open Access erscheinen. Die erste Frage ist so eine ganz pragmatische. Und da weiß ich einfach heute auch zu wenig drüber, wie der Stand der Dinge ist. Da geht es mir um die Langzeitsicherung dieser Dateien oder dieser Daten, die man dann hat. Ein Buch kann heute 400 Jahre alt sein. Und wenn es nicht verbrannt ist, wenn es eben noch da ist, nicht von Würmern zerfressen ist, können wir nach wie vor das Aufschlagen, wie es vor 400 Jahren aufgeschlagen wurde, können drin lesen. Wie sieht das mit Daten aus? Können wir das projizieren, wie das in 400 Jahren mit unseren PDF-Dateien aussehen wird? Das ist so eine Frage, die man ja durchaus immer wieder stellen kann. Und die andere Frage, und das ist eher so eine ästhetische Frage, ein Stück weit, aber da komme ich eben auch so ein bisschen von Reuss her, der ja das Buch als die perfekte Lesemaschine bezeichnet hat und dafür plädiert, dass eben doch die Aufnahme von Informationen durch ein gedrucktes Buch und auf Papier mit einer Typografie, die eben auf den Inhalt zugerichtet ist, auch psychologisch wesentlich besser funktioniert als auch durch eine PDF oder sonst irgendein Format auf dem Bildschirm. Ist das in Ihren Augen ein valides Argument oder kann man das vergessen? Vielen Dank für die zwei Fragen. Erstens, um Langzeitarchivierung kümmern sich weltweit Bibliotheken, Archive und andere Institutionen. Es gibt etwa das Internet Archive, das also auch längst verstorbene Projekte, wie meine Homepage, die ich erwähnt habe, hoffentlich für die Nachwelt sichert. Und ich bin natürlich kein Prophet und wir wissen ja überhaupt nicht, wie unsere Zivilisation sich entwickelt. Aber ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel, wenn hier Publikationen einen sogenannten URN, also ein Permalink haben aus der Gruppe der sogenannten URNs, dass da die Deutsche Nationalbibliothek auch dahinter her ist, diese Volltexte dort auf ihrem eigenen Server zu speichern. Und da sehe ich nun wirklich überhaupt kein Problem, dass diese Institutionen, so wenig, die ich auch sonst schätze, ich sage da immer, es ist die schlechteste Nationalbibliothek der Welt, was aber eher scherzhaft gemeint ist, aber es ist ein Fünkchen Wahrheit dabei, dass die also nicht in der Lage sein sollte, ihre eigenen Server hier wirklich langzeitsicher zu machen, halte ich also für nicht, diese Annahme halte ich nicht für schlüssig. Und man liest immer wieder auch von irgendwelchen neuen Technologien, wo man also in irgendwelche Glasplatten also Informationen einschneiden kann im Mikrobereich, die dann über Zehntausende, Hunderttausende Jahre angeblich halten sollen, was natürlich auch noch niemand ausprobiert hat. Also da bin ich eigentlich sehr guter Dinge. Ich denke, das ist kein wirklicher Grund gegen Open Access. Wir haben ja im naturwissenschaftlichen Bereich auch riesige Online-Only naturwissenschaftlichen Zeitschriften, ohne dass da die Welt untergeht. Da gibt es, falls dann ein Verlag pleite geht oder keine Lust mehr hat, das entsprechend zu hosten. Gibt es also schon Organisationen, die dann so ein Dark Archive führen. Und wenn das der Fall ist, dann schalten die diese Jahrgänge mit Weiterleitung des bisherigen Permanents frei. Also es gibt Werkzeuge und Tools, die da dieses apokalyptische Szenario verhindern. Zweite Frage, Ästhetik und bessere Lesbarkeit. Ich bin da skeptisch, was diese Untersuchungen zur besseren Lesbarkeit von Büchern angeht. Wir müssen im Grunde genommen davon ausgehen, dass wir eben eine Fülle von kürzeren Informationen einfach rein digital zur Kenntnis nehmen müssen. Also Auszüge aus Büchern, kurze Zeitschriftenaufsätze und Ähnliches. Wenn wir das alles ausdrucken würden, bekämen wir wieder ökologische Probleme mit dem Papier. Und ist auch nicht sinnvoll. Also ich stelle auch nicht fest, dass ich wesentlich schlechter am Bildschirm lese, obwohl ich auch schon ein älteres Semester bin. Wie es in zehn Jahren mit meinen Augen aussieht, weiß ich natürlich nicht. Aber bisher habe ich da auch Informationen gelesen, dass so diese Alarmmeldungen, oh Gott, die Leute müssten mehr analog lesen, dass die eben auch nicht wissenschaftlich valide sind. Da gibt es auch durchaus Leute, die mit dieser Botschaft durch die Lande ziehen, ohne dass das wirklich wissenschaftlich geprüft ist. Also schöne Bücher, bibliophile Bücher. Ich selber habe auch schöne alte Bücher, die werde ich nicht durch das Digitalisat ersetzen. Aber was eben an aktueller Forschungsliteratur benötigt wird, sollte möglichst immer auch Open Access zur Verfügung stehen. Und für die Leute, die gern auf dem Nachttisch oder am Strand gern ein Buch lesen, da ist es doch dann, ist dann ohne weiteres ein Ausdruck oder eben ja eine hybride Publikation möglich. Aber wir haben eben die einseitige Betonung im Bereich der Landesgeschichte, nicht in den Naturwissenschaften, die einseitige Betonung des toten Holzes. Und wenn man dagegen polemisiert, was ich auch schon mehrfach getan habe, dann wird man mitunter empfindlich abgestraft. Also ich durfte eine Publikation in der Zeitschrift Sachsen und Anhalt eine Rezension nicht veröffentlichen, weil ich da eben von fanatischen Anhängern Totenholzes in den Akademien geschrieben hatte. Unter anderem war das ein Punkt. Herr Graf hat ja gesagt, es steht immer für alle Diskussionen zur Verfügung. Dann würde ich jetzt einmal noch Frau Gurlitt um Ihre Frage bitten. Ja, vielen Dank. Also Open Access finde ich auch aus studentischer Perspektive natürlich sehr interessant, vor allem im letzten Jahr, wenn man daran dachte, dass teilweise Fachbibliotheken für Studierende monatelang nicht zugänglich waren und das natürlich für Hausarbeiten etc. problematisch war oder auch vor der Pandemie, wenn dann gleichzeitig alle Leute das eine Buch ausleihen wollen, weil es nur eine Fassung von Herodot irgendwie im Deutschen gibt in der ganzen Uni Kiel, dann ist das auf jeden Fall sehr interessant und ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade dieses Problem des Wo-findet-man-was, wenn man so etwas direkt an Studierenden in den ersten Semestern ranträgt, hier gibt es diese Open Office-Möglichkeiten, natürlich ist Google Scholar bekannt, aber dann so kleinere regionale Dinge, wenn man das auf Uni-Websites, auf Fachschafts-Websites verlinken würde, dass da auch nochmal großer Zusprung kommen würde und manche dieser Studierende würden dann ja auch später in die Forschung gehen und das dort weitertragen können, genau, das bin ich auch auf jeden Fall ein großer Fan und meine Frage an Sie ist jetzt, in dem letzten Jahr gab es ja über, eigentlich in jeglichen Aspekten des Lebens die Frage nach der Digitalisierung und ob wir das jetzt schon natürlich vorher schon hätte vorantreiben müssen und jetzt in einem Jahr versucht hat, ganz viel aufzuholen, hat sich da auch was im Sinne, also in dem Open Access zur Landesgeschichte, hat sich da im letzten Jahr auch vielleicht was getan aufgrund der Pandemie oder hat das auch keine Auswirkung gehabt jetzt auf die Schnelligkeit der Digitalisierung? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich selber versuche in meinen akademischen Veranstaltungen ihm auch so Tipps zu geben, wo man Open Access Quellen oder andere Quellen findet, da mache ich ja auch jedes Semester ein Quiz. Dieses Semester also ich bin durchaus der Überzeugung, dass das mit zu den besten propedeutischen Veranstaltungen gehört, die man im deutschen Sprachraum vielleicht zu diesem Thema Informationsrecherche besuchen könnte, aber dieses Semester hat das nicht einmal fünf Studierende interessiert im Vergleich zu den anderen, wo es also so fünf bis zehn in Freiburg waren. Also das ist etwas deprimierend, aber sie haben in jedem Fall auch hier einige Links zu Informationsangeboten von mir, die dann eben auch solche Tipps geben. und was jetzt meine Beobachtungen zur Pandemie angeht, ist natürlich aufgrund der hohen Zahl an Akteuren im landesgeschichtlichen Bereich, das war also eine Riesenarbeit natürlich auch das zu sichten, kann ich da nicht sozusagen garantieren, dass ich hundert Prozent habe. Das Einzige, dem ich wirklich konkret begegnet bin, dass die Bayerische Kommission für Landesgeschichte hat also eine stattliche Zahl ihrer Bände und auch einige jüngere Bände der Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte, die eine lange Moving Wall hat, befristet, freigeschaltet, da können Sie also beispielsweise ein Buch über in Vollansicht sich anschauen, derzeit etwa eine Quellenausgabe des Urbars des Ritters Reinhard von Schambach und auch noch andere Monografien aus den letzten Jahren, die bei Beck erschienen sind und die also schon bei Google Books eingestellt waren, aber nur mit einem, ja mit einer auszugsweisen Darstellung und befristet hat dann die Kommission gesagt, wir kommen also in der Pandemie den Wissenschaftlern entgegen und machen diese Bände, lassen Sie das mal 20, 30 Bände sein, machen die zugänglich. Das ist meines Wissens das einzige konkret, was ich positiv zur Landesgeschichte sagen kann. Ja, wunderbar. Ich schaue auf die Uhr, es ist kurz vor acht, ich habe aktuell keine Fragen mehr oder keine Menschen mehr auf der Rednerliste, dann bleibt es mir eigentlich nur nochmals, Herr Graf, es kam jetzt häufig, aber ich sage es noch mal Ihnen ganz herzlich. Ich sehe inzwischen Herrn Wieske vielleicht. Ich sehe ihn auch, aber ich höre ihn leider nach wie vor nicht. Sind irgendwelche Rückmeldungen noch aus dem Chat von YouTube? Genau, bei YouTube hatten wir einige Zuschauer, es gab aber keine Fragen, das hat Herr Andresen überprüft, also wir sind jetzt quasi für diesen Moment erst einmal ausdiskutiert, das soll natürlich nichts heißen, Sie haben uns das freundliche Angebot gemacht, weiter zur Verfügung zu stehen, für uns alle, ich denke, der ein oder andere Kollege wird das auf jeden Fall nutzen. Vielen Dank meinerseits noch einmal für diesen spannenden Vortrag, aber auch für viele inspirierende Ideen, die Sie ja gebracht haben, also Sie haben ja nicht nur den Finger in die Wunde gelegt, sondern Sie haben ja auch ganz klar gesagt, das ist in unserer Macht, dass wir das ändern und ich stimme da allem vollumfänglich zu und auch hier wurde einiges besprochen, ob es jetzt auch eine Generationsfrage ist oder ähnliches, klar ist, wir befinden uns in einem Prozess, wir sind mittendrin und es ist eine unglaublich spannende Zeit, gerade in der regionalen Landesgeschichte digital unterwegs zu sein, das kann ich vielleicht noch mal aus meiner Warte sagen, deswegen, Herr Graf, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag heute, mir bleibt es jetzt noch allen Fragenstellenden zu danken, allen, die sich heute bei uns zugeschaltet haben und nicht andere Sender und Kanäle genutzt haben, ich denke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und lassen Sie mich noch damit schließen, einmal Werbung für unser nächstes TTR in der kommenden Woche zu machen, denn am Dienstag wird uns das große Projekt des Pommerschen Klosterbuchs vorgestellt, wir freuen uns da ganz besonders, dass unsere Kolleginnen Katja Hillebrandt und Robert Harlers uns einen Einblick in dieses spannende Forschungsprojekt geben werden, auch hier können Sie wieder live bei YouTube dabei sein, nutzen Sie also diese Gelegenheit und in diesem Sinne herzlichen Dank und noch eine schöne Woche für alle. Wir beenden unseren YouTube-Stream. Wiedersehen.